Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, heute gibt es zur Abwechslung mal einen Schlager. Und zwar in Vorbereitung auf die Weihnachtszeit von Ella endlich, küss mich, lieb mich, halt mich. Denn in ein paar Wochen wird ja sicherlich das Aschenbrödel wieder hoch und runter laufen im TV. Viel Spaß dabei! Musik 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 Musik